Hallo ihr Lieben, grüße euch recht herzlich. Nächster Trailer, 6.01.2020, 16.14 Uhr. Ja, das will euch da nicht auf den Sender gehen oder überhaupt, aber müsstest du ja jetzt auch nicht gucken. Ihr merkt ja auch, dass ich jetzt so relativ viel analysiere, so über, ja in erster Linie die Beziehung oder das Umfeld und und und, nach wie vor ohne nachcutten wollen. Und da ist mir jetzt natürlich noch eingefallen, so der ein oder andere, die ein oder andere Geschichte aus Niederrothen, wo ich nachts als bei einem Hütehund war und nachts auch auf dem Friedhof in Niederrothen. Und wem dann diese, diese Geschichten interessieren, der kann es doch dann gerne wieder mal bei VK, bei Bitshoot oder bei Wegnews.tv sich reinziehen, entsprechende Link kopieren oder einfach nur anklicken. Ist einfach ein Angebot, aber wenn, wer keine Zeit hat oder keine Lust, voll d'accord, kein Thema. Ja, also das vielleicht noch genau. Ja, ich warte ja da immer noch auf diese blödsinnige Scheißbescheinigung von der Firma Jobcenter Landa SIW für, dass die dann eben mich sponsern durch das SGB II mittels Hartz IV Alimentierung. Dann habe ich jetzt heute wieder was bekommen von Herrn Kadel, man hätte mir das am 17.12. zugeschickt. Ich habe nichts gekriegt, also da bleibt es eben auch nochmal nach wie vor spannend, aber that's life!